Das ist der Club der Roten Bänder. Das ist Luise Befort, die spielt die Emma, das Mädchen. Das ist Niki Julius Schuck, der spielt den guten Geist, den Hugo. Timo Bartels spielt den ganz offensichtlich, den hübschen Alex. Der zweite Anführer, gespielt von Damian Hardung, ein fantastischer zweiter Anführer, der der Anführer wäre, wenn der erste Anführer nicht wäre. Und der Zuschauerliebling der Zukunft und der Teamliebling und ein ganz toller Ivo Kortlang als Toni. Und der Anführer Timorne war Schultz, der auch ganz fantastisch. In der Rolle Leo. Unser Anführer.